Da hinten Toyota Supra oder was auch immer ist. Waa wo? Da? Nein sicher kein Toyota. Sind die offen die Tayloali überhaupt? Da ist offen! Kapuzen offen. Aus Prinzip einfach. Volvo. Schwedische Qualität man merkt. Ist da ein Schrottplatz? Das ist illegal. Nissan. Was? Stimmt. In Lancia. Sind da Airbags aufgegangen? Ah nein. Wie bist du? Sander? Kommt da runter? Quatsch mal nö.